Untertitelung des ZDF, 2020 Lufthansa heißt Sie herzlich willkommen auf dem Flughafen von Oslo, meine Damen und Herren. Wir werden uns noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Alltzeitzeichen erleuchtet sind. Im Namen von Kapitän Treveling und der gesamten Besatzung verabschiede ich mich hier von Ihnen. Wir hoffen, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat und hoffen Sie ganz bald wieder begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen nur noch einen schönen verbleibenden Nachmittag hier in Oslo und ergebenenfalls eine sichere und natürlich auch angenehme Weiterreise. Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Lufthansa welcome to Oslo Airport, ladies and gentlemen. Please remain seated. We are seated but first until we reach our final parking position in the seatbelts signs. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020